so ein guter hier wieder mal hier leute hier also ich hab mal wieder so geschichte hier so real talk da also da waren wir mal ach das ist schon ein jahr lang her du ein paar kumpels und so und da waren wir bei so einer u-bahn station und vorher waren wir in der kneipe gewesen und hatte noch bier geholt dann und hatte auch die einheit noch so riesen bier glas dabei gehabt also nun wieder und haben also rumgestanden und da immer wieder was ins glas rei gekippt eine u-bahn station und da kam dann so ein gesoffener ami ader hatte bis sie gelabert habe den kam verstanden da hier und haben auch bis sie bier gegeben da hier aus dem glas und von einmal war das glas mal kurz im moment leer oder was er tut sie da ja gesagt hier ich gehe mal aufs klo er kommt die bitte da die in das glas gepieselt jeder und sagt ihr zu dem ami hier kommt trinkt was hier und da setzt er die pria du schluck das runter hat gespockt hier ohne ende hat aufgeregt hat gesagt was ist sie hier und hier weißt du hier also hier was du sie hier also das war wahnsinn hier da da pieselt die in den humpel da nein ich weiß ob das hier so ein mass war hier aber riesige glas da so schade ding da pieselt das ding der hand voll und drückt das dem ami in die hand und er schluckt erst du also hier also waren sehen hier hier macht es mal gut bis dann hier und wenn ihr schuss gefallen hat können ja mal abo machen wenn er bock habt ihr oder schreibt mir ohne was in die kommentare neider hier also bis dann macht's gut